Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ultimate Chicken House mit Bram und Sepp. Hallo. Und wir spielen eine weitere Custom-Up. Oh, das ist aber, das ist aber frech. Jetzt braucht man noch tot. Wie geht das denn jetzt wieder? Man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Was ist das denn? Jetzt kannst du es. Ja, auf jeden Fall. Okay. Bram, wie kommen wir denn hier runter? Ich weiß noch nicht. Müsste einfach jetzt da runterfallen. Jetzt. Wie soll ich denn jetzt hier rüberkommen? Ach, scheiße. Das ist eine gute Frage. Ja, jetzt muss er. Mega-assi, ey. Wo ist denn Bram schon? Ach, da unten ist der schon. Ja, wenn das Ding oben ist halt. Nein, wieso? Ach, ich muss nach rechts. Oh, no. Nein! Oh! Oh, Neu-Spawn ist so asselig hier. Neu-Spawn ist echt mega asselig. Da gibt es eigentlich nur einen Slot für. Also jetzt. Nein! Oh. Oh, jetzt bin ich schon wieder zu spät. Oh, no. Nein! Das ist doch nicht genau richtig. No! Ne, ist nicht genau richtig. Du wirst halt zerquetscht. Wow. Also die Map ist ganz schön tricky und assi. Gleich. Komm schon, jetzt kann man es schaffen. Jetzt kann man es schaffen. Und jump! Oh! So, was ist da vorne, das Problem? Hier ist das Problem, du musst direkt nach oben, ne? Ja, das hat er direkt geschafft, ey. So, und jetzt? Da runter. Jo, hier hin. Oh, lol, lol. Dann? So. Oh, nein, das ist noch nicht richtig, das ist noch nicht richtig, das ist noch nicht richtig. Nein! Was war denn da los? Brauchen wir euch verwirren. Der ist, der ist schuld. Wann schießt der immer? Also ich glaube, die Überlegung ist genau, du kannst halt nur links über die Wand einfach. Nein! Oh, da wurde ich von der Wand geblockt. Nein! Oh, jetzt mache ich das. Oh, ich war so schön weit. Und tot. Komm rum. Jawohl! Nein! Durch die Stress! Durch die Stress! Oh, schnell! Zu spät. Oh nein! Ach, da war die Kreissäge. Oh, das mit dem Sterben ist echt böse. Scheiße. Ja, das bringt leider auch nichts. Doch, das kann man schaffen. Oh, das war mega knapp. Uiuiuiui! Natürlich bin ich da drauf gesprungen. Oh nein, ich bin zu früh gesprungen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein! Also die Karte ist echt... Nein! ... ganz schön körnig, ey. jedoch das nächste ist ja mega frech da oben wo bram gerade war der Zuschauer hat geschrieben hier diese karte ist zwar super asozial und schwer aber machbar also ich hoffe dass die alle machbar sind das wäre sonst voll kacke ey au so assi hier ok so wenn der jetzt runterkommt jetzt wird er jetzt muss er springen das mit den pfeilen ist dann noch super tricky ne ich bin irgendwie ein bisschen gespannt wie wir die ganze zeit bei bram zu nein ich hab den absprung verpasst anfänger anfänger fehler und auch nicht oben bei den pfeilen nein das war genau das falsche zeitfenster das war genau das falsche zeitfenster war sie das ist gut christian anfing auf die du dich umgeduldig was wer wird sowas denn sagen der bram hat meinen pfeil für mich geglaubt teamplayer oh das war ganz schön knapp mega schwierig diese karte ach komm und ich spring genau in den pfeil ne ne das ist mir noch zu heiß ne das ist genau das fall aber ich hab doch schon zweimal abgewartet das ist mit so ne kacke ey ne die sind asynchron du musst einfach du meine videos noch ein bisschen warten also der spawns meine ich kacke den kann man echt mal neu machen ne der bringt auch keine schwierigkeit rein außer halt eben du musst halt einfach nur warten der fuck dich halt der fuck dich nur ab nein boi okay die brauchen wir schon wieder da alles ach komm das war schon wieder die als jetzt muss ich gehen christian da jawohl nein ich wusste nicht was ich tun soll weißt du freut sich so lange da drauf dass er da ist und dann da siehst du konntest auf die stachel drauf ja du kannst wahrscheinlich auf so einer kleinen mini kante da stehen oh gott siehst du kannst auf den stacheln stehen teilweise hallo hallo ist wieder am leben haben sich wieder zusammen gepflegt er kann nur nicht mehr sprechen das ist das problem der mund haben sie auch zugenäht warum ja weil ich vorher durch war da war die genau fertig wenn es nicht mein hühnchen körper dazu mal schneller aufraffen wieder mit spielen zu wollen dankeschön jetzt hat er nicht geklappt wo stellt kommt schon ja in der mene miste ich bin schon wieder da wie ein hühnchen jetzt lieferste aber die sind ne ne loll du bist ein zauberer nein 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 ja das geht halt manchmal manchmal nicht so wie bei dir jetzt gerade da ging das wieder nicht du bist einfach nur komm schon spawnen oh nein Bram oh nein das ist fast verpasst das spawnfenster ist echt doof oh christian oh das war knapp oh was nein nein oh nein da konnte ich doch hoch das war knapp ich war's ich war's verpennt der leichtste Prust finde ich schon geil nein was und oh da hätten wir doch einfach warten können aber der wäre ach komm ähm so hühnchen auf mission schaffen wir jetzt pok pok das geht halt nicht das ist echt nicht so was ist denn da los nein so sieht das auch in Ägypten gar nicht aus ich war ja schon da das sieht überhaupt gar nicht so aus nein oh 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 und er ist da runter go 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 and einmal durch oh shit ach komm fuck gott ist das ungeduldig Da hat er zu viel gewollt! Nein, so unkonduldig! Nein! LOL! Ich konnte da oben drauf stehen bleiben. Du kannst da drauf stehen bleiben, wenn du dich nicht bewegst. Am Spawn, auf den Stacheldrähten. Du musst halt nur da drauf springen und dich nicht bewegen. Kannst du drauf stehen bleiben, wenn du dich nicht bewegst. Also wenn du halt hinspringst und danach im Flug halt keine Taste mehr drückst. Langsam werden meine Hände kribbelig. Alles gut. Ein bisschen wie Trials hier, nur... Töte dich das einfach noch viel mehr. Lol, Bram, den hast du voll in die Fresse gekriegt. Am Arsch hab ich den in die Fresse gekriegt. No! Den hast du in den Arsch gekriegt. Ich sage es dir nun! 75 eu! Nein! 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 Oh, ich stand nicht genau an der Kante. Oh, Mama. Macht mich die ganze Zeit vögelt, ist hier echt der Eishockey. Scheiß. Du kannst ja stehen bleiben. Voll nice. Wenn man das einmal weiß. Wenn man das einmal weiß... Ich hab nicht gesehen, dass die Blumen zahnt. Mann! Mann! Ich war so weit! Ich war echt weit! Ach, komm. Fuck it ey. Das war's doch. Ich eiskalt durch den Pfeil gerade gesprungen oder was? Ja, gibt es selber zu, dass du Cheats anhast? Okay. Also Noclip kam er echt ganz geil. Witzige ist, alle Leute, die etwas schöner sind, die du noch Noclip gar nicht kennen. Ja, ich muss auf den richtigen Zeitpunkt warten. Jetzt. Alles klar. Alle sah gut aus. Ja, ja. Ich bin auf den richtigen Zeitpunkt. Ja, da war ein bisschen Plan dahinter. Ja, komm, töte mich einfach in den Dauerschweller. Komm, ey, ohne Scheiß. Lol. Lol. Jetzt sag ich doch. Was hast du denn von mieser Bastards? Ich sag doch mal, kann ich da draufstehen. Ich hab schon am Anfang der Folge erzählt. So, jetzt machen wir das. Was, Bram, wurde nicht geschlagen? Wupp, wupp, wupp. Stopp. Ja. Jetzt hast du auf mich geachtet, ne? Ja, ja. Ich weiß. So, jetzt muss man springen. Nein. Ich bin zu fett gewesen. Nein. Boah, Freunde, ey. Ich würde sagen, jeder kann noch zweimal sterben oder so. Ja, einmal. Okay, außer am Spawnen direkt. Okay, außer am Spawnen direkt. Okay, alles fair. Na, renne, 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 renne. Okay, eins. Fuck. Der Spawnen ist echt mega. Ich komm da einfach nicht weg. So, jetzt aber mal. Scheiße, das ist schon mein letzter Versuch hier. Nein. Oh, warum hat er da nur noch einen? Na? Komm mal, Sepp schon zu? Scheiße. Nein, nein, einer noch. Boah, jeder hat nur noch einen versucht. Sepp ist raus. Ne, noch nicht ganz. Ne, einen hab ich noch. Einen hat er noch. Boah, ich darf einmal noch, glaube ich, noch wird mich wieder benennen. Dieses Spawn fickt mich einfach. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin raus. Oh, wenn du raus gehst, dann stoppt das Spiel. Ne, dann darfst du nicht. Achso. Darfst du nicht, Christian. Und mir zählt nicht mehr. Okay. Komm es auch raus? Oh, Sepp ist als letzter drin. Oh, komm, dann schnell. Ich dachte, ich hab zwei Leben. Ja, bist du nicht schon zweimal gestorben? Ja, aber dann hab ich doch noch. Achso, du meinst, du vorhin hattest ein zweimal Leben, meint er. Ja, komm. Ja, ja, ich weiß, wie du das zählst. Ich bin raus. Nein! Oh, ich bin raus. Okay. Komm, lass mich da am Anfang mitspielen. Komm, Bram, du machst das. Jawohl. Okay, alles klar. So, last try. Schön vorsichtig. Und runter. Und go. Oho. Bram-men. 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 Die Welt glaubt halt nicht. Da wär ich gestorben. Ich geb auf, ich geb auf. Das war sehr frustrierend Aber das hat trotzdem Spaß gemacht Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Und Bock Bock